Es gibt Menschen, die sich gegen ihr Schicksal auflehnen. Nur um von ihm verschlungen zu werden. Und es gibt Menschen, die ihr Schicksal annehmen und ihre Angst nicht zeigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Sie sind diejenigen, die die Welt verändern. Für alle Zeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020